Ähm... Hier lang? Dann reich ich mal noch da hinten. Oookay, ruhig. Sooo, moin Leute, willkommen bei einer neuen Folge... Let's play together with LV13, dann mit dem Blade Fail. Oh ja, richtig schnell gesprochen. Das hört mich an. Hey Leute, was geht? Wir spielen Operation 925. Meister. Ja, Gunmaster. Gunmaster, ja. Waffenmeister, Gunmaster. Gunmeister, Waffenmeister, Meister. Ach. Oh, so. Fuck. Erstmal gleich ein Team mit abgeschossen. Nice. Ach, ich lebe den Sound von den Scheiben. Wenn die Suppe kaputt macht, so ein Klick. Ah, da hinten. Na. So, ersten Killen gelegt. Da, da warst du. Da warst du bestands von mir. Ja, ich hab den, glaube ich, sogar in den Malker reingekommen. Ja, hast du sogar. Ja, ich bin böse. Ach, Rafika, Arschwecker. Man lässt eher immer so schön rollen. Kann das überhaupt nicht. Naja. Ähm. Wie lang? Nö. Dann reicht mal noch da hinten. Okay. Okay. Ruhig. Einatmen. Ausatmen. So. Ah, shit. Oh, Kornelungata. Very nice. So. Klein Camper genutzt. Ja. So. Wo ist denn der Nächster? User joined your channel. User joined your channel. Tag. Und das Witzige ist, wir sind am Aufnehmen. Eigentlich dürfte die hier gar nicht reinmachen. Aber. Fuck. Drei gegen einen. So. Weg sind sie wieder. Ja. Das war jetzt ungeplant. Weil wir sind in einem ohne Passwort geschützten Raum bei TS3. Okay. Weil die schönen DGLP Menschen zuvor waren, uns in einem Aufnahmechannel zu moven. Dank, Uli. Ich hab dich auch lieb. So. Raffika. Ach. Letzt draufgegangen. Ist er nicht draufgegangen? Warum ist er nicht draufgegangen? Warum ist er nicht draufgegangen? Magnumpowa. Wer? Mach mir Scheibenklier. Komm. Ah. Ah. Hey. 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 Fick dich. Ich hatte 3% Leben und du mit deinem. Was hattest du Magnumpowa? Raffika. Raffika. Achso. Und der wurde ich auch gerade genutzt. Von Hyper sowieso. Ah. Genau der. Weil der rennt da oben. Hab ich gerade nur gesehen. Wo du gerade eben warst. Da wollte ich gerade hinrennen. So. Jetzt Magna. User join your channel. Hallo. Hallo. Hey Rosti. Wir sind immer noch am Aufnehmen. Und hier join halt alle rein. Da wir nicht im Aufnahmenchannel sind. Rosti ist noch ein Rosti. Du hast hier bleiben. Solange du dem Mut willst. Rosti. Ah. Ich habe ja schon ein User join your channel. Und Rock. Ach. Wie viele Leute sind denn die Ziele? Ich will doch alle gar keine BV3. Was? 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 Bis neben hier gespawnt. Oh. Da hab ich gespawnt. Ah. Nicht für mich. Der Kochkameraden ist gespawnt. Und hier ist mein Team, Online. Ich hab jetzt nicht bei των. Und du und du. Ne, ne. Töck. Ich bin noch zweiter. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. um mit einer spaß auf einem beiden feld ich habe ich bin erster ich habe dass sie ich bin nicht es ist sie keine gegner das was er das ok ok shotgun ok ist er gerade gelegt ich hoffe nicht dass meine verbindung jetzt abstürzt da war absolut gar keine gegner ich weiß was ich aber an DICE richtig geil finde was dass die es so dynamisch gemacht haben dass man wenn man auf eine ich treffe nicht ich bin top 90 dass wenn man auf verschiedene Plattformen geht also ich meine von Ebenen dass die das dann nicht wechseln vor allem das realistische der realistischste Ego-Shooter der Welt hat keinen Spiegel also doch der Hartspiegel aber die funktionieren nicht mhm immerhin so B4 kommt ja jetzt auch demnächst raus Oktober und wann war das 27. Oktober? könnte ja hinkommen auf jeden Fall so relativ nah ja oh nach oder vor deinem Geburtstag äh nach einfach ah schade weil ich wollte es mir trotzdem so als Geburtstag verschenken so jetzt unterschneiden wir am besten raus oder so ein eins sagen wir einfach ich hätte so ein hundertmal gehabt genau Ouuuuhhhhhh let's get to the mall äh doof lass mich weg dich noch einer da hier da hier hier da ja der ist wieder am Ponyhoppen der Typ von mir oooohhhhhh der hatte noch glaube ich noch einen Mockner oder einen Arschficker oooohhhhhh oh ich sehe keine Gegner ich auch nicht glaub mir also macht nichts Da macht nichts forums für dich hinten da wo für dich nicht vorne ist auf euch fatoon 60 ihr wollt mich doch das geräute Ehre das ich absolut nicht kann ohhhhhh Junge drumjedenseronesitallian ich war grad am nachladen ux die es ist es aus dem Team der besitzen richtig schafften und den testen ich glaube ja Ja! Oh man, wir haben uns gleichzeitig gegeben. Aber dann haben wir zu viele. Und ich bin der P90. Ich bin ziemlich langsam, habe ich das Gefühl. Let's get to more. Enemy Bay, ach. Ihr dürft eure Base nicht angreifen, schön, wenn ich wüsste, wo die wäre. Das Problem ist ja, wenn man so wie ich einmal im Jahr WF3 spielt, dann kennt man das bei uns nicht. Let's get to more. Ich hab lange Peile und darum sing ich. Hey, Reflexe den. Da stimmt, da ist einer von mir gestorben. Ich renne um... Was heißt noch mal Rache? Rache zu nehmen. Oh, zwei! Oh, Junge. Oh, zu dritt. Die standen da zu fünft, alter. Ein Schuss von dem Magnum. Aus dem Lauf. Ja, ja. NIEM! Nice. Na, du hast es reinzubringen in der Waffe. Äh, M2, Junge. Ich bin tot, Magnum. Warum immer dieser Cypner, der müsste auch langsam mal eine andere Waffe als die Magnum haben. Pfui. Bleibst du auch nicht. Let's get to the more. Komm. Komm. Ich hab keinen Bock drauf. Lass mich dich töten. Ich will nicht noch mal sterben und deine KD runterziehen. Nein, 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 nein! Oh nee, der kommt nur runter. Der sitzt mir so hart. Übelst... Leg mich einfach bitte. Ja, passt schon. Ich hab jetzt nicht Spaß. Tch. Nach langem... Warten. Ich will mal die Close Quares aufsuchen. Beim Nacken find ich immer so was zu reißen. Hoffentlich. Etich. Oh, ich hab den G90. Nein, 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 NIEM! Ah, Alter. Ich bin so ein Lappen in dem Spiel. Egal. Achso. Ja. Weil du hast grad so gesagt, ich bin so ein Lappen in dem Spiel. Ach, dann war das wegen mein Mikro. Führ ich es leichter zum Mund. Rücken rauschen. Schon scheiße mit einer Long Range Waffe auf Close Range zu schießen. Das muss ich sagen. Hinter mir jetzt... Oh, nicht dein Ernst. Wurde befördert. Yay. Nice. MG443 scheu gedimpft freigeschaltet. Nee, boah. Nein! Der hat mich überholt. Nein! Nein, 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 nein. Das darf nicht sein. Weil wir haben uns mit... Der hat den G90 über... ...gegenüber gestanden. Denkst manchmal ein bisschen wie... ...denkst... Das war gequickscoped. Das war gequickscoped, Junge. Das war gequickscoped. Du willst mir doch jetzt nicht erzählen, dass du angescooped hast bei dem Schuss, oder? Doch, hab ich. Oh Gott. Apropos so hier die... ...Battlefield Play for Free Spieler, ne... ...4er-KD erreicht. Beim Sniper jetzt. Eben selbst hart gefeiert. Du wolltest nur jedem erzählen. Ich bin ja wegen Statspinning gebannt, also ich will auch gar kein Play for Free mehr. Bist du das? Bist du das mit der Spass? Nein, ich hab die Anker. Ich wurde grad von der Spass gekillt. Nein! Nein! Nein, der Colonel Hundertter hat... Nein! Der Colonel Hundertter hat die Führung. Und Yanni, reiß dich zusammen. Der Beste, du kannst das, lass mich halt nicht vorbei hier liegen. Der Beste, du kannst das, lass mich hier nicht vorbei. Nein! Splitway! Höh! Nein! 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 Junge, ich will doch nur zum scheiß M320 und... Nein, der ist schon beim Knife, ey. Alter, hatte der Lack mit seinem M320, ey. Dann auch noch mit einer LVG, da kann man ja auch wegrennen. Die scheiß Noobs. Ich hab in die Motorhaube geschossen. Oh, ich krieg's nicht hin. Wieder Spass 12, ich werde noch einen Stopp von Short ganz gekillt. Wenn ich das noch gewinnen würde, dann wär das echt ein Wunder. Oh, Junge. Okay. Das war's. Hast dich aber gut geschlagen. Dritter bin ich aber zweiter. Zweiter. Ja. Blend mal bitte den 17. Platz aus. Ich schäme mich grad so ein bisschen. Ja, was hab ich? Siebener Scope für M417er. Okay. Das war's mit Folge 2 bei mir. Keine Ahnung, welche Folge bei dir hier. Auf jeden Fall rendere ich die Scheiß morgen, weil wir haben jetzt 11 Uhr irgendwas. Und dann bis zum nächsten Mal, oder? Ich komm mal. 23.07 Uhr. Ja. Haut rein, Leute. Macht's gut und ciao. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.